Timo Horn ist seit nunmehr sieben Jahren Stammtorhüter beim 1. FC Köln. Oder rückwärts gesagt, Timo Horn ist mit hauptverantwortlich dafür, dass der 1. FC Köln in der Defensive manchmal international, nee, manchmal nationale Klasse und manchmal Bundesliga-Untauglichkeit hat. Momentan ist es leider so, dass Timo Horn persönlich sehr oft den Anschein erweckt, für die Bundesliga untauglich zu sein. Warum das so ist und welche Hintergründe das Ganze hat und vor allem wer dafür von mir hauptverantwortlich gemacht wird, das schauen wir uns jetzt an. Timo Horn ist ein echter Kölner Jungen. Seit wie gesagt sieben Jahren ist er für den FC am Start und auch der zuletzt verpflichtete Ex-Kölner Ron-Robert Zieler hat es nicht geschafft, Timo Horn zwischen den Pfosten zu verdrängen. Jetzt lässt sich natürlich überlegen, wie das sein kann. Ich habe auf die Schnelle mal geschaut und habe drei Gründe gefunden, weshalb Timo Horn momentan einfach in der Bundesliga normal keinen Platz haben sollte. Umso unverständlicher für mich natürlich, dass ein Mann wie Ron-Robert Zieler verpflichtet wird, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Also Timo Horn muss bis dato eine relativ große Lobby beim 1. FC haben oder wie auch immer man das sagen möchte. Drei Punkte, weshalb Timo Horn momentan nicht bundesligatauglich ist. Punkt Nummer eins. Dieses unsägliche Einspringen in jede Situation. Es ist komplett egal, ob jetzt ein Schuss aus 30 Metern kommt oder aus 5 Metern. Timo Horn verlässt mit beiden Füßen den Boden und springt in die Situation ein. Das heißt also, wenn es richtig blöd läuft, dann hat der Stürmer schon abgeschlossen und Timo Horn hat immer noch keinen Bodenkontakt. Und wenn du keinen Bodenkontakt hast, hast du kein Gleichgewicht. Und wenn du kein Gleichgewicht hast, kannst du auf eine Situation eben einfach nicht angemessen reagieren. Sprich also, selbst wenn er technisch absolut 1A ausgebildet wäre, kastriert er sich selbst ein Stück seiner Technik weg, indem er einfach keinen Bodenkontakt hat und erst viel später in die Situation reinkommt. Sprich also, er sieht, wo der Ball hingeht, aber dadurch, dass die Füße noch gar nicht auf dem Boden sind, verliert er einfach ein paar Zehntel und dann ist es einfach schon zu spät. Man muss es aber auch sagen, dieser Aspekt ist jetzt kein, dafür musst du kein Torwarttrainer-Gott sein, um das zu wissen. In den einfachsten Torwarttrainer-Lehrgängen kriegst du sowas mit auf den Weg, dass ein Torhüter immer rechtzeitig fertig in dem Gleichgewicht sein sollte. Das hat sogar schon Hans Leithert, absoluter King, vor, ich glaube, 10 Jahren in seinem Buch die 7 Prinzipien der Meister geschrieben. Was natürlich ein absolutes Brett ist, dieses Buch. Aber ich will es jetzt einfach nur mal erwähnen, dass diese Grundlage, Bodenkontakt zu haben, uralt ist. Das war Punkt Nummer 1. Jetzt lassen wir uns auf Punkt 2 gehen, denn der ist noch sehr viel ausschlaggebender als Punkt 1. Bei Punkt 1 sage ich, okay, das ist einfach ein Macken, den der Torhüter hat. Es gibt Torhüter, die können das ausmerzen, aber Timo Horn hat das große Problem, dass der zweite wesentliche Bestandteil eines relativ sinnvollen Torwartspiels die taktische Komponente ist. Und Timo Horn ist taktisch im eigenen 16-Meter-Raum einfach für einen Bundesligisten eigentlich nicht haltbar, weil Timo Horn immer versucht, in eine Situation zu kommen. Sprich, also wenn jetzt einer 16 Meter vor der Hütte einen Ball hat, dann probiert Timo Horn, in die Situation reinzukommen und schiebt sehr, sehr oft relativ hoch, wo ich einfach sage, hey, wieso schiebst du da drauf? Das ist ein Schuss aus 16 Metern aus der Zone, die nicht mal so gefährlich ist und es ist sogar noch Gegnerdruck für einen Stürmer da und trotzdem schiebst du drauf. Und trotzdem passiert es, dass der Stürmer abschließt und einfach ein Tor erzielt, weil Timo Horn sich aus 16 Metern zum Reagieren einfach 6 Meter zum Reagieren wegnimmt und nur noch 10 Meter vor dem Schützen steht. Das ist ganz krass. Das ist ein Verhaltensmuster, das man in so, so vielen Situationen sieht und das ist einfach nicht haltbar. Ich meine, die Kirsche auf der Sahne war letzte Woche gegen Bielefeld. Der Amateurbeurteiler sagt, der darf ihn nicht ins kurze Eck bekommen. Didi Hammann sagt im Sky-Interview danach, was sucht dieser Typ einfach vor der Hütte soweit? Da hat er gar nichts zu suchen gehabt. Das heißt also, er hätte überhaupt gar keinen Druck machen müssen und das ist ein ganz großes Problem. Timo Horn lässt sich viel zu sehr aus seinem Tor raustreiben Richtung Ballführenden. Das ist Punkt Nummer 2 und das ist ein taktischer Fehler, der einfach so krass ist. Selbst ich hatte einen Kreisliga-Torwart, den ich trainiert hatte, der hatte diesen Fehler einmal gemacht. Einmal. Denselben Fehler, den jetzt Timo Horn zum Beispiel gemacht hat gegen Bielefeld und danach nie wieder und es war ein Kreisliga-Torhüter. Und Punkt Nummer 3 und das ist dann einfach noch so das letzte Stück. Timo Horn versucht, wie gesagt, sehr oft in 1-gegen-1-Situationen reinzukommen und das krasseste ist, wenn er in die 1-gegen-1-Situation kommt, dann löst er die ja nicht mal sachlich. Also er hat so ein unsachliches 1-gegen-1-Verhalten. Kein Gleichgewicht, er probiert nicht, sich seinem Oberkörper nach vorne zu orientieren. Wenn man sich dir in der Bundesliga die Top-Torhüter anschaut, dann hast du das extrem. Und wenn du dir Timo Horn anschaust, dann siehst du vor allem eins, dass er mit den Füßen voran dem Ball entgegenspringt. Und das leider sehr, sehr oft und auch dadurch sind schon Tore passiert. Es ist also auch hier wirklich ein Fiasko, was da abgeht. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Schuldigen oder zu den eigentlichen Schuldigen. Was Timo Horn da mitmacht und was da passiert ist die letzten Jahre, das war ein Prozess. Das heißt also, da hat sich das ja mehr und mehr und mehr angeeignet. Und kein Torwarttrainer, ich weiß nicht, wer momentan Torwarttrainer ist von Timo Horn. Das ist auch egal, es kann Peter Cech oder Ika Casillas höchstpersönlich sein. Der macht richtig was verkehrt, weil das ist ein Fehler oder das sind Fehler, die sich bei Timo Horn eingeschlichen haben über die Zeit und die ein Stück von seinem Torwartspiel geworden sind. Wenn du jetzt einen Fehler machst, wie Loris Karius zum Beispiel im Champions-League-Finale und fängst den Ball nicht oder hast einen Blackout und schießt den Ball wohin, wo ein anderer seinen Haxen reinhebt, dann ist es das eine. Aber taktische Situationen, wo du schon fünf, sechs Sekunden vorher weißt, wie du dich zu verhalten hast und du machst es falsch, das sind Dinge, die müssen einfach geregelt werden und darauf muss man einfach eingehen. Und wenn es der Torwarttrainer nicht hinbekommt, dann frage ich mich, was die den ganzen Tag denn machen. Aber wie gesagt, ich bin ein YouTube-Duli, ich habe keine Ahnung, aber ich würde den hinsetzen und würde sagen, in dieser Zone, in so einer Situation geht definitiv Zeit vor Raum und in dieser Situation geht Raum vor Zeit. Sprich, also hier mache ich eher Druck und hier lasse ich mich eher fallen. Oder im Training einfach, würde ich eben im Warmmachen einfach dazu drängen, die Haxen auf den Boden zu lassen. Das fängt ja schon bei einem normalen zentralen Ball an, wo er höchstwahrscheinlich einspringen wird. Da würde ich sagen, hey, das müssen wir rausbekommen. Aber es fühlt sich kein Torwarttrainer irgendwie so richtig dafür verantwortlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer Torwarttrainer ist, wer Torwarttrainer war. Das geht ja beim FC auch oftmals sehr schnell, dass die Positionen da getauscht werden. Tim Horn ist ein mega guter Torhüter mit richtig, richtig, richtig top Veranlagung. Aber in die Richtung, in die er sich entwickelt hat, ist er für einen Bundesligisten eigentlich nicht behaltbar. Und ich gehe sehr stark davon aus, obwohl ihn Gisdol jetzt nochmal geschützt hat, dass Tim Horn in den nächsten zwei Spielen spätestens und wenn nur einen kleinen Bock drin hat, ausgewechselt wird. Was für mich eigentlich auch nur die logische Schlussfolgerung daraus ist. Denn Tim Horn, wie gesagt, hat an den letzten zehn Spielen des ersten FC und dem, nicht Niedergang, aber an den schlechten Leistungen des FC einen wesentlich, einen sehr, sehr großen Anteil daran gehabt. Und dementsprechend, es wird das Beste sein für Tim Horn, wenn er rausgeht aus der Schusslinie und vor allem wäre es vielleicht noch viel besser, wenn er sich mal einen Trainer sucht, der Bock hat, an seinen Fehlern zu arbeiten. Weil wie gesagt, Tim Horn ist eigentlich eine Maschine und ein richtig guter Torhüter und ich glaube auch ein sehr guter Typ. Also von daher, Leute beim FC, normal müsst ihr sagen, ändert das. Aber was juckt es die? Die ziehen ja eh ihr Ding durch in diesem Verein. Aber gut, das war meine Einschätzung zu Tim Horn. Das war jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich hoffe, ich kriege das Video noch hochgeladen, bevor er tatsächlich vielleicht sogar degradiert worden ist. Und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao.